hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kanal wie unschwer zu erkennen geht es um das wagner w95 set und zwar ist es so eine elektronische spritzpistole hier kann man farben lacke auf acrylbasis und ganz viele sachen mit fein zerstäuben und sich so halt das pinseln sparen wen das ganze interessiert einfach dranbleiben weiter geht's nach meinem intro warum brauche ich das ganze hier und zwar im hintergrund kann man sehen ich habe solche absperrungen mir geholt und zwar will ich da einfach an einem zaun ein bisschen die privatsphäre erhöhen ja und was macht man vorher man schaut sich an wie es am einfachsten geht wir haben eins gepinselt ja und diese ganz kleinen holzteilchen zwischendrin und sonst irgendwas zu pinseln oder zu rollen ist einfach müll ja das heißt man braucht hier eine stunde und dann ist nicht alles richtig abgedeckt und der nachteil ist wenn man es halt so original lässt wie es hier ist dann hat man vielleicht nach einem jahr oder anderthalb über den winter wieder sein aufgesogenes holz es wird moderig etc deswegen habe ich hier von wideron das ist praktisch eine natürliche glasur also so eine imprägnierung habe ich mir geholt und die ist auch sehr dünnflüssig und deswegen eignet sich auch dieses wagner w95 system ich habe vorher viel gelesen und habe mich dazu entschieden das zu kaufen ich verlinke das produkt mal unten das gibt es bei amazon ich weiß nicht ich glaube irgendwie 30 40 euro ich habe ein bisschen mehr bezahlt ich habe knapp über 40 euro im baumarkt bezahlt nichtsdestotrotz habe ich es gleich gebraucht deswegen jetzt ein bisschen die mehrkosten hier steht auch dass man zehn meter in 15 minuten gartenzaun damit spritzen kann ich denke mal das halte ich für einen realistischen wert wir gucken mal rein was jetzt hier alles dabei ist ich hatte das schon mal ausgepackt weil ich nämlich die viskosität einfach von diesem von dieser imprägnierung herausfinden wollte deswegen ist auch ein handtuch von mir drin das ist jetzt natürlich nicht dabei und was hier auch gleich ins auge sticht fragen zum kundendienst man hat hier in verschiedenen sprachen die bedienungsanleitung und da kann ich wirklich sagen wenn man sich das einmal anguckt dann kommt man gut damit zu recht es gibt auch noch teile die man nachkaufen kann und zwar so einen kleinen flexiblen hier sieht man ihn so einen kleinen flexschlauch ich denke mal wenn man so heizkörper oder sonstige sachen macht ist das von vorteil dieser kleine viskose messdrichter ist dabei und den taucht man einfach nur in das in die flüssigkeit die man praktisch sprühen möchte komplett rein zieht den dann hoch und misst die zeit bis unten der faden abreißt ja bei mir waren das zehn sekunden hier hat man dann noch mal eine viskosität tabelle mit dem großen und mit dem kleinen also man kann hier wirklich alles nachlesen wie die reinigung etc ist das gerät an sich ist vom vom handling her ja schon recht schwer also das hier überwiegt wenn man es so hält ja es gibt denke ich mal leichtere besonders von bosch glaube ich habe es gesehen da hat man dann noch so einen kompletten apparat mit dranhängen aber das ist wirklich die einfachste sache hier funktioniert auch nichts irgendwie mit druckluft das ist rein mit strom angeschlossen das erzeugt dann hier innen drin diese hohen zerstäuber sachen was noch mit dabei ist so ein schlüssel ist ganz gut da kann man hier vorne dran setzen und schraubt sich gerade seine düse hier raus die sollte man ja dann auch raus machen steht hier drin sofort wenn man aufgehört hat zu sprühen damit das ganze nicht verklebt das teil ist dabei dann hat man diesen behälter der fast 600 milliliter und das teil musste ich noch reinstecken das lasse ich auch jetzt drin das ist praktisch gerade dieses ansaugteil hier merkt man auch hier ist noch ein bisschen öl drin also praktisch dieses service öl das einfach hier sich kein rost bildet beziehungsweise das alles richtig und auch korrekt beim endverbraucher dann ankommt das hier ist noch mal dieser trichter den ich vorher erwähnt habe wie gesagt gerade hier rein halten und das ganze funktioniert bis viskositäts stufe 60 sekunden heißt nichts anderes wie ich halte jetzt den trichter hier in die farbe rein und die farbe hat maximal 60 sekunden zeit durch diesen trichter durchzulaufen bis der film abreißt also das war bei zehn sekunden ich denke dass wir so ein heizkörper lack vielleicht bei 30 35 haben natürlich werde ich hier keine wohnzimmer oder schlafzimmer decken oder auch wände mit sprühen dafür ist es meines erachtens einfach nicht geeignet ich würde sagen wir befüllen das teil ja dann gucken was uns mal in action an also das einfüllen hat richtig gut geklappt und jetzt gucken wir mal wie sich das ganze hier verhält also das kabel kann man auch ruhig auf dem boden liegen lassen muss man natürlich gucken was für eine stufe hier eingestellt ist hier steht plus und minus ich drehe jetzt mal auf minus so da kommt gar nichts raus so jetzt merken wir schon also ich würde sagen wenn es windstill ist klappt das ganze am besten aber ansonsten kann man das relativ gut aufbauen also man sieht hier wirklich gleichmäßig alles bedeckt auch nicht irgendwelche rotz nasen weil zu viel farbe rauskommt zur not können wir hier noch ein bisschen stärker machen also finde ich persönlich richtig gut das einzigste was halt hier von nachteil ist es einfach dieser staub aber das ist ja ganz klar wenn hier das richtig fein zerstäubt wird dass hier einfach eine wolke entsteht man sollte dann natürlich aufpassen dass man es im freien macht jetzt wie ich hier hinten gemacht habe ein bisschen abdecken und eventuell dann auch sich arbeitskleidung anziehen beziehungsweise so ein malerkittel und in jedem fall eine mundmaske das ist ja zur heutigen zeit auch nicht gerade das schlimmste wenn man draußen unterwegs ist aber ansonsten muss ich wirklich sagen ich habe jetzt vielleicht in der minute die hälfte von diesem teil hier gemacht und ich denke mal dass ich wie gesagt so ein komplettes teil mit dem wagner w95 bestimmt maximal zwei minuten pro seite dann das ganze antrocknen lassen herumdrehen und dann wieder dann ist man dementsprechend schnell fertig so freunde gucken wir uns mal an was ich alles geschafft habe ich hatte eigentlich schon ein anderes ende aber habe gedacht das will ich euch jetzt nicht vorenthalten und zwar haben wir jetzt hier 123 nebendran haben wir jetzt hier noch mal zwei von denen hier haben wir eine von dieser großen tabel tafel richtig schön lackiert ich hoffe dass es ohne den guten stabilisator einigermaßen gut im bild ist und hier haben wir noch mal zwei insgesamt acht wo ich mit dieser wagner sprüh pistole hier lackiert oder besprüht oder bemalt habe und ich muss sagen dieses ding sieht aus wie scheiße hier man sieht alles verklebt hier unten läuft farbe an diesem behälter runter aber ich muss ganz ehrlich sagen vom sprühen her einsame spitze ich habe jetzt für diese ganze aktion 4,5 liter komm her 4,5 liter von diesem imprägnator gebraucht jetzt habe ich es wieder am finger ich habe hier noch einen kleinen rest drin und auch in der sprühflasche ist noch was drin das heißt ich werde jetzt einfach die umrandungen noch machen und hier und da ein bisschen was ausbessern aber ich muss sagen für den preis also für knapp 40 35 bis 45 euro kommt darauf an wo man sich das holt ist das eine richtig feine sache das einzigste was mir nicht so gefallen hat war dieser drehknopf hier man hat also eine gewisse zeit gebraucht bis man anhand der viskosität seine ja seine seine sprühfähigkeit vorne eingestellt hatte und was es hier nicht gibt es gibt zwar ein plus und minus zeichen aber es gibt keine stufe eins zwei drei also zumindest mal irgendwelche markierungen ich habe nämlich jetzt hier das optimum rausgefunden dass das alles schön gleichmäßig aussieht kann es aber hinten irgendwie nicht markieren ich werde mir jetzt einen lackstift nehmen und das einfach so markieren weil ich ja mit dem teil nichts anderes macht wie so dünne lackierungen oder auch heizungslack zu sprühen was jetzt ganz schnell gemacht werden muss das mache ich jetzt auch gleich hier das ganze gehäuse sauber vorne durch die düse raus schrauben und macht das hier alles mit der nitro verdünnung und einem pinsel sauber so freunde noch was zum thema reinigung was ich jetzt zum schluss noch gemerkt habe deswegen hänge ich jetzt im video irgendwo noch dran ist eine unheimlich leichte sache ihr habt das gerade eben gesehen wie versaut mein gerät ausgesehen hat und man kann einfach mit diesem werkzeug vorne die düse abmachen den ganzen krempel habe ich jetzt hier rein also diesen diesen sprühschutz hier dann hier ist diese düse da die feder und wenn man das ganze alle alles abgeschraubt hat kann man das ganze hier gerade sich raus drücken ja also das wird hier gerade wieder reingeschoben macht das alles richtig gut mit einem pinsel hier sauber nitro verdünnung da kommt man in die löcher rein hier ist überhaupt kein problem ich habe schon schlimmere sachen gesehen zum sauber machen also wenn ich überlege dass ich hier jetzt vielleicht eine stunde sprüharbeiten habe und mache hier maximal 15 minuten sauber jeder kennt das wenn er den pinsel sauber machen muss und die und diese auflage oder die rolle oder sonst irgendwas also kann man zum vergleich setzen ist auch nicht mehr aufwand ja und es geht alles sauber ist verklebt nichts so kann ich die wieder einpacken und dann im frühjahr oder im herbst dann wieder einsetzen super sache auch zum thema reinigung und ja was soll ich sagen ich bin begeistert link packe ich unten rein guckt euch selber an ich glaube es hat auch bei amazon ganz gute bewertungen bekommen und da kann ich wirklich sagen eine zeit ersparnis ich habe jetzt für diese acht teile mit vorbereitung und immer wieder eingießen so sagen wir mal gemütliche zwei stunden gebraucht aber wirklich gemütliche weil ich denke mal die reine besprühzeit ist hier bei den acht dingern vielleicht auf einer stunde gewesen ja dann sage ich vielen dank für die aufmerksamkeit ich hoffe dem ein oder anderen konnte ich hier so ein bisschen helfen zum thema system gut und günstig aber brauchbar wenn man natürlich zu hause hier fünf wände streichen will halte ich für nicht gut aber für das was ich gemacht habe echt top ich freue mich über einen daumen hoch auch über neue zukünftige abonnenten und sagt bis zum nächsten mal hier auf kais kanal ja